Hallo Leute, heute stellen wir euch die Top 14 der beliebtesten Anime vor, die in China verboten sind. Unter anderem sind so beliebte Titel wie Sword Art Online, Attack on Titan und My Hero Academia dabei. Und nun viel Spaß mit dem Video. Gebt doch jetzt schon mal einen Daumen nach oben, denn dieses Skript stammt von der lieben Jenny, die arbeitet für uns und sagt mal Hallo in den Kommentaren. Sie freut sich bestimmt. Eine Gruppe Rebellen, die ein dystopisches Regierungssystem stürzen wollen und China passen doch irgendwie nicht zusammen. Das dachte sich scheinbar auch das chinesische Kulturministerium und verbot die Echi-Serie, Estica of a Roach Hero, sowie 38 weitere Anime. In der Serie geht es um den unberechenbaren und zwischen den Dimensionen reisenden Helden Akatsuki Osawa aus El Azard, welcher aus einem Reich der Schwerter und Magie in die reale Welt zurückkehrt. An seiner Seite ist Mio, die Tochter des von ihm besiegten Dämonenkönigs, der Akatsuki gebeten hat, sie zu beschützen. Akatsuki bringt sie zu Babel Academy, die junge Überlebende aus anderen Dimensionen beschützt. Die zwei Staffeln des Anime sind bei Anime on Demand abrufbar oder über Amazon käuflich. Giganten, die die Menschheit angreifen und jene Menschen, die sich gegen sie wehren. Dies war wohl dem chinesischen Minister scheinbar zu viel Gewalt. Denn sie haben den Anime-Klassiker mit der Begründung, dass es übermäßige Gewaltdarstellung beinhalte, verboten. Doch Fans vermuten, dass es eher wegen der Geschichte des Widerstandes gegen ein autoritäres System geht und die chinesische Regierung nicht möchte, dass die Bürger auf solche Ideen kommen. Wie einige vielleicht wissen, geht es in der Serie um eine Menschheit, die sich 2000 Jahre lang sicher hinter einer 50 Meter hohen, gewaltigen Mauer in Sicherheit wegte. Denn außerhalb dieser Festung lauern riesige Titanen, welche nur ein Ziel haben, Menschen fassen. Alle vier Staffeln des Anime sind hierzulande bei Netflix abrufbar oder eben über Amazon oder dem Kasse-eigenen Online-Shop käuflich erwerblich. Der tölflich gute Anime- und Manga-Hit Black Butler wurde gleich aus mehreren Gründen in China verboten. Der Anime hat scheinbar eine zu düstere Thematik, enthält zu viel Gewalt, sowie Gore-Elemente, welche angeblich zu Straftaten ermutigen sollen. Der Manga soll wiederum sehr viele verstörende Bilder beinhalten, weshalb die chinesische Regierung beschloss, die Adoption als auch das Originalwerk als unangemessen einzustufen. So teuflisch gut der Anime ist, so ist es auch seine Handlung, welche im 19. Jahrhundert in London spielt und sich um den 12-jährigen Ciel Phantom Hive, welcher der letzte Spross eines alten englischen Altesgeschlechts ist und ein enger Vertrauter von Königin Victoria. Ciel dient der Herrscherin von England als eine Art Wachhund gegen kriminelle Elemente. Immer an der Seite von Ciel ist sein teuflisch guter Butler Sebastian Michaelis, welcher ihn bei seiner Arbeit unterstützt und hilft, den Mord an seinen Eltern zu rächen. Hierzulande sind alle drei Staffeln des Anime bei Anime on Demand zu sehen. So wie Attack on Titan wurde auch der Horror-Mystery-Anime Corpse Party Tortor Souls wegen übermäßiger Gewaltdarstellung verboten. Offenbar empfand die chinesische Regierung den Inhalt der OVA-Serie für zu erschreckend und gewalttätig und verbot ihn kurzer Hand. In der Serie geht es um Naomi, welche an einen dunklen, ihr unbekannten Ort, von dem sie nicht weiß, wie sie dorthin gelangt ist, erwacht. Gerade hat sie sie doch noch mit Freunden in ihrem Klassenzimmer gegessen und große Geschichten ausgetauscht. Bei dem Freundschaftsritual, bei dem sie eine Pappfigur zerrissen, bebte die Erde und stürzte sie in den Abgrund. Nun muss Naomi in einer alten Geisterschule ihre Freunde finden, auch wenn ihr das Blut an den Wänden sämtliche Haare zu Berge stehen lässt. Die vier Folgen umfassende OVA-Anime-Serie könnt ihr bei Anime on Demand schauen oder hierzulande auch auf DVD und Blu-ray kaufen. Im Jahr 2015 schaffte es der Anime Deadman Wonderland ebenfalls auf die Liste der verbotenen Werke in China. Nur wurde hierzu keine offiziellen Grund genannt. Doch da die Serie ebenfalls sehr viel Gewalt beinhaltet, wird dies wohl der Grund des Verbotes sein. In dem actiongeladenen Anime geht es um die Insassen eines verrückten Gefängnisses, welche jeden Tag aufs Neue ums Überleben kämpfen müssen und den Massen damit Unterhaltung bieten. In den Schatten dieses Spektakels lauern schreckliche Geheimnisse. Insasse Ganta ist entschlossen, das Deadman Wonderland zu überleben und seinen Namen reinzuwaschen. Aber der Preis dafür könnte seine Seele sein. Den ganzen Anime könnt ihr auf Amazon ansehen oder auch dort eben kaufen. Der Anime-Klassiker Death Note wurde bereits in mehreren Ländern wie zum Beispiel Russland verboten. In China ist das Kulturministerium der Grund für das Verbot, da man dort behauptet, das Konzept des Death Notes könnte friedliche Menschen in Kriminelle verwandeln. Doch laut der British Broadcasting Corporation, der BBC, wurde das Verbot ausgesprochen, nachdem man bemerkte, dass viele junge Menschen ihr eigenes Death Note anfertigten und in dieses Namen von Amtspersonen hineinschrieben. In dem Klassiker geht es um den jungen Musterstudenten Leite Yagami, welcher eigentlich zufrieden mit seinem normalen Leben ist. Da fällt ihm eines Tages ein ominöses Notizbuch vor die Füße. Laut dieses Buches kann man eine Person durch bloßes Aufschreiben ihres Namens töten. Den ganzen Anime gibt es hierzulande auf Anime on Demand oder durch Kase Anime hierzulande natürlich auch auf DVD und Blu-ray. Viele Anime werden in China aufgrund ihrer exzessiven Gewalt, pornografischen Darstellungen oder Förderung von Terrorismus abgelehnt. Bei dem Edgy Action Anime Highschool DD gibt es aber einen anderen Grund. Angeblich ist die Sexualisierung von Oberschülern nicht für das Zielpublikum geeignet. Wer würde nicht gerne in einer Welt mit Dämonen, Engeln, Menschen und jede Menge erotischer Verfügung leben? Diese Möglichkeit bietet sich Issei. In seinem ersten Leben als Oberschüler kann Issei seine erotischen Begierden überhaupt nicht ausleben. Sein zweites Leben als Dämon hingegen bietet ihm diesbezüglich ausgesprochene üppige Entfaltungsmöglichkeiten. Die heiße und aufregende vier Staffeln des Anime könnt ihr euch auf Grandshore ansehen oder bei Kase Anime im erotisch heißen Online-Shop oder eben über Amazon. Der zombieverseuchte Anime Highschool of the Dead fiel der Verbotswende von 2015 zum Opfer. Die chinesischen Behörden stuften den Anime als sexuell ein und verbanden ihn somit, um die jungen Leute in ihrem Land zu schützen. In dem faulig verrotteten guten Anime geht es um einen tödlichen Virus, welcher die Welt ergriffen hat und alle Infizierten in blutrünstige Zombies verwandelte. Die menschliche Zivilisation steht vor dem Abgrund und noch gibt es keine Erklärung für den blitzartigen Ausbruch der vermeintlichen Seuche. Den Überlebenskampf könnt ihr euch bei Anime on Demand ansehen oder bei Nippon Art bestellen. Jeder möchte doch ein Superheld sein, oder? Doch leider bleiben auch Superhelden von Verboten nicht verschont. Vergangenes Jahr wurde der beliebte Helden-Anime My Hero Academia verboten. Der Grund dafür ist der Name Murata Shiga. Der Name Murata wurde im Zweiten Weltkrieg von der 731. Einheit der kaiserlich-japanischen Armee für ein Projekt verwendet, in dessen rahmenmedizinische Versuche an Menschen durchgeführt wurden. Da die meisten Opfer dabei Chinesen waren, sorgte der Name in China für einen großen Skandal. Das führte dazu, dass mehrere chinesische Plattformen, die mit dem Franchise verbundene Werke wie Anime und Manga in Übereinstimmung mit Chinas Politik, entfernt wurden. Helden. Jeder liebt sie, jeder verehrt sie und jeder möchte einer sein. Und darum geht es auch in diesem Anime. Denn der Mittelschüler Isoko Midoriya möchte unbedingt ein Held sein. Doch leider ist er ein schwächlicher Normalo. Da er allerdings keine Chance hat, an der angesehenen UA High School für angehende Helden aufgenommen zu werden, sieht sein Leben mehr oder weniger wie eine Sackgasse aus. Dann gibt ihm eine Begegnung mit All Might die Chance, sein Schicksal zu ändern. Der fünf Staffeln umfassende Anime könnt ihr euch hierzulande auf Anime on Demand, sowie Netflix ansehen oder eben auf Blu-ray und DVD bestellen. Leider gelang auch der Anime Parasite 2015 unter das Messer der Behörden. In diesem Fall sollen die visuellen Darstellungen der körperlichen Verwandlungen die Ursache gewesen sein. Eigentlich sind Paradiesen tödliche Befälle und führen meist zum Tod des Befallenen. Doch in diesem Fall ist es anders. In der Stille der Nacht stiegen sie aus dem Himmel hinab mit dem Hunger nach menschlichem Fleisch. Parasiten, die sich zum Überleben in einem menschlichen Wirtskörper niederlassen und diesen übernehmen. Niemand kennt ihr Geheimnis außer dem Oberschüler Shinichi, dessen rechte Hand von einem Parasiten übernommen wurde. Auch ihr könnt euch dem Befall nicht entziehen, also seht euch die erste Staffel des actiongeladenen Animes auf Grand School an oder kauft ihn auf Amazon, denn Castle Anime hat ihn hierzulande lizenziert. Ich weiß, ob du etwas Böses planst. Ich muss nur auf dich zielen. Der spannende Psycho-Thriller Psycho-Pass soll laut Angaben der Behörden nicht nur Gewalt verherrlichen, sondern auch zur Jugendkriminalität und Rebellion anstiften. Die Handlung des Anime ist recht einfach. Alles scheint perfekt im Japan der Zukunft zu sein. Das Frühstück kommt aus dem Automaten. Das Outfit wird per Knopfdruck zusammengesteuert. Das Leben ist sicher wie nie. Nur ganz nebenbei analysiert ein ausgeklügeltes System unablässig die mentale Verfassung der Bevölkerung und damit auch ihr Gewaltpotenzial. Personen, deren sogenannten Psycho-Pass einen überhöhten Wert anzeigt, werden festgenommen, therapiert oder gleich aus der Welt geräumt. Drei spannende Staffel umfasst Psycho-Pass, welche ihr bei Grand Show, Ansehen oder auf Blu-ray und DVD durch Castle Anime kaufen könnt. Fantasy-Anime haben es in China und Russland nicht einfach mit der Veröffentlichung. Die Idee in einer anderen Welt, in welcher der Protagonist alles tun und lassen kann, was er möchte, wird dort nicht akzeptiert. Leider trifft dies auch auf Sword Art Online zu. Insbesondere die zweite Staffel hat hier zu leiden. In Gungale Online nutzen die Spieler Waffen, um ihre Avatar gegenseitig zu töten. In China hat man es nicht gern, wenn Waffen veranschaulicht werden und auch andere anschließende Materialien fielen der Regierung ins Auge. Aus diesem Grund hat man alle 24 Folgen der zweiten Staffel ein Verbotsschild umgehängt. Die anderen Staffeln sind allerdings weiterhin verfügbar. Alle drei Staffeln des Fantasy-Anime-Hits könnt ihr euch bei Netflix ansehen oder durch permanent Anime auf DVD und Blu-ray kaufen. Auch der edgy Anime The Testament of Sister New Devil hat es geschafft, ein Verbot in China zu bekommen. Doch dieses Mal wurde das Verbot nicht wegen Sexualisierung ausgesprochen, sondern weil die Darstellung übernatürlicher Elemente in der Serie für unpassend empfunden wurde. Die Existenz eines Teufels, eines Dämonenlords und eines Helden, der die Bösewichte zur Strecke bringt, gab hier den entscheidenden Grund. Dabei ist die Handlung doch relativ einfach und sehr sexy, denn Dämonen sind eigentlich furchterregende Gestalten. Doch in Form von kleinen süßen Mädchen sieht das Ganze dann schon anders aus. Basra konnte kaum glauben, dass seine Stiefschwester, die süße Maria, und die rothaarige üppige Schönheit Mio mit ihm und seinem Vater zukünftig zusammenleben würden. Wie sich bald herausstellte, war Mio nicht nur seine neue Schwester, sondern auch eine angehende Dämonenkönigin und das brachte natürlich einige Probleme in der neuen WG mit sich. Der Anime rund um die süßen Dämoninnen umfasst derzeit zwei Staffeln, welche auf Netflix angesehen oder durch permanent Anime auf DVD und Blu-ray gekauft werden können. Zusammen mit Attack on Titan wurde auch Tokyo Ghoul von den chinesischen Video-on-Demand-Plattformen genommen. Hierfür soll der Grund sein, dass die Thematik der Geschichte zu düster für ein junges Publikum sei. Auch die Darstellung der Ghule wurde als gewaltverherrlichend eingestuft. Dabei ist man von Geburt an ein Ghoul oder man wird versehentlich einer. Das Lästere passiert leider dem armen Ken. Der schüchterne Ken Kanaki ist begeistert von einem Date mit der schönen Riese. Aber es stellt sich heraus, dass sich nur an seinem Körper interessiert ist, und zwar daran, ihn zu essen. Als eine moralisch fragwürdige Rettungsaktion ihn in den ersten Halb-Mensch-Halb-Ghul-Hybriden verwandelt, wird Ken in die dunkle und gewalttätige Welt der Ghule hineingezogen. Und das war sie, die Top 14 Anime, welche in China verboten sind. Wie habt ihr diese empfunden? Schreibt es mal unten in die Kommentare, gebt dem ganzen Video ein Like und abonniert diesen Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Aktiviert dann auch die Glocke. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Macht's nicht gut, macht's besser. Ciao.